Hallo und willkommen zu der Folge 30 und ich habe dann dann noch ich habe dann noch um das da reingemacht und dann also das da dann habe ich noch das gepflegt alles drum und dran hier geholt dann auch so und ja wollten ne Rakete, oh das ruckelt wir wollten gerade Feuerwerks machen und dann hatte ich zu lange aufgenommen Schade 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 aber es ist ja gar mach ein bisschen leiser warte mal warte mal warte mal also ähm ich habe dann kann man ruhig draufklicken und dann bla ähm nein äh ich habe es tut mir sehr vom Herzen leid vom Herzen vom Herzen leid also ich habe jetzt mal gesagt der koffer fliegst und bla 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 ja ein der 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 schweiß ja das Kannst du nicht rein, du Schweine-Saube! Hä, wo bist du? Wir spielen Fange! Warte mal, ich penne gerade. Plan ist meine Sache, du Schwein, du! Hey, mein Erdloch! Ähm, der Erdloch! Komm, Drogi! Hey! Geht's doch, oder was? Du! Hast du nicht mehr Erdloch? Du Schweine! Wo bist du? Hallo? Versteck dich niemals! Mehr wieder! Ich bin gerade wütig! Ich hab keine Nerven mehr! Ich bin gerade wütig, Alter! Ich bin gerade wütig, Alter! Malala! Ja, nein! Das darf doch nicht wahr sein! Das ist mein wichtigstes... äh... der mann an an m ja 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 aber sie haben Nein, kleiner Sohn, ich bin sehr wütend auf dich. Ich habe doch gar nichts gemacht. Und das ist doch nicht schlimm, aber auch seh ich. Oh doch, mein Sohn. Kann dir einer eine Ohrfeige geben? So geht das. Nein, Junge, ich nehme dich am Haarlein. Am Haarlein. Ich kürze auf deine Füßen, eh, auf dein Haus. Nein, ist dir der Erdblock so wichtig oder was? Ich wollte einen Feuerwerk machen, aber ich mache jetzt nicht alles. Ähm. Ähm. Oh, tschuldigung. Ähm. 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 3 die Samarwälder zu tun und startet ja ja sicher ja ordenskalig es die die ich nicht nicht wenn ich kann nur wenn ich alles also nur wenn ich nicht also ich bin seitdem ich mache und nicht mehr so über das interessiert mich gar nicht aber ich will es für euch machen extra nur für euch für mich auch dass ich etwas zum schauen habe ich schaue mir das auch immer an aber es ist doch lang wie könnte ein trottel es ist okay mal unter bei der folge also bei folge bei der an 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 so me er hat aber ich mache ja nur an den Mann in der Hand sein in der Stadt nicht so und hofft heutige Jugendlichen 3 5 3 3 2 4 4 4 4 4 4 5 ja Ferien hat dann irgendwann sich ja bestimmt endlich muss ich diese von der Schule nicht mehr sehen und blablabla dann hab ich mal frei und ja wenn wir mal Ferien haben dann denken wir ja auch also wenn ich mal also wenn ihr dann bestimmt Ferien habt dann denkt ihr auch endlich in den Urlaub endlich in den Ferien endlich in Amerika oder endlich in Italien oder endlich also wenn ihr nach Köln wohnt nach Köln wohnt dann könnt ihr eure Stimme sagen oh nächste Woche geh ich in der Ferien von Berlin und das ist voll krass assi voll geil assi voll geil alter ja und dann ja die Hauptstadt von Deutschland ja wir leben jetzt Deutschland ja sicher ja oh Gott oh wie ist das so dumm oder was dann 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 nein wir also machen jetzt nicht so viel in der Folge aber es tut mir sehr leid aber ich muss mir noch eine Idee fallen eher ich freue mich auf den Anfitur Maps oder Surveal Maps oder für morgen oder heute oder bla 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 übermorgen überüber 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 in einer Woche in zwei Wochen in vier Wochen in fünf Wochen in ein paar Jahren in ein zwei Jahren Hundert Millionen Tausend Jahren also in tausend Jahren oder ja tschüss der Sonnenuntergang ist immer schön ich wünschte mir ich könnte auch nach Amerika gehen mal tschüss ein schönen eine schöne feier also eine schöne Zuschauer bei mir danke das ist vielen Dank an alle dann so geht